Als ich dieses Jahr mein Abitur fertig gemacht habe, habe ich mir natürlich eine Frage gestellt. Was möchte ich machen? Also, was möchte ich jetzt machen? Und ich habe echt lange darüber nachgedacht, doch ich bin auf eine ganz einfache Antwort gekommen. Und zwar, ich möchte das beste Leben führen. Ich möchte einfach das beste Leben führen. Und während das wahrscheinlich unheimlich abstrakt klingt, muss ich mittlerweile sagen, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Denn sobald man sich sagt, okay, ich führe das beste Leben, das ich führen kann, fängt man an sich zu fragen, ja, was ist denn das Beste? Und man versucht verschiedene Dinge aus. Nein, das heißt, man probiert verschiedene Dinge aus. Man probiert verschiedene Dinge aus. Und dann merkt man auf einmal, okay, das tut mir gut, das nicht. Und dann habe ich realisiert, wir haben ja die vollkommene Entscheidungsfreiheit. Natürlich müssen wir vielleicht noch ein paar Dinge machen, die verpflichtend sind. Beispielsweise, wenn du das Abi noch nicht gemacht hast, dann musst du ja noch in die Schule gehen. Aber auch da, du musst gar nicht in die Schule gehen. Du kannst aufhören. Das heißt, wir treffen jede Entscheidung ganz bewusst. Und dadurch haben wir auf einmal die Entscheidungsfreiheit, uns unser Leben zu designen. Du kannst dir wirklich so einen Zettel nehmen. Ups, da steht jetzt was drauf, aber egal. Du kannst so einen Zettel nehmen, Montag, Gehtag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, Jede Woche, dir das ausschreiben und dich entscheiden, da möchte ich in die Schule gehen, weil ich könnte auch abbrechen. Da will ich Sport machen, weil ich will einen gesunden Körper haben und so weiter und so weiter und so weiter. Du kannst dir alles designen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach mal Verantwortung für unser Leben übernehmen. Aber wenn wir das machen, wenn wir das machen, dann steht uns alles offen. Doch, als ich dann mit diesem Prozess, was ich als Life Engineering betitle, denn du kannst es ja wirklich, dein Leben ist auf einmal wie ein Fahrzeug, in dem du dich befindest und du kannst anfangen an ihm rumzuklempnern und du wirst besser, merkst, was funktioniert, was nicht, kannst Dinge austauschen. Diesen Prozess liebe ich einfach. Es ist ein Leben wirklich wie eine Kunst, wie ein Bild zu sehen und es so zu behandeln und alles genau so hinzudrehen, wie man es gerne hätte. Doch auf diesem Prozess muss ich noch eine andere Sache feststellen. Und zwar gibt es eine Person. Es gibt eine Person, die so einen riesigen Einfluss darüber hat, ob du da richtig viel rausbekommst oder gar nichts. Und diese Person bist du selbst. Und genauso, wie ich das gerade in diese Kamera gesagt habe, habe ich das damals zu mir in den Spiegel gesagt. Denn ich habe sehr schnell realisiert, ja, ich kann meinen Plan nehmen und ich kann mir aufschreiben, hier gehe ich ins Fitnessstudio, hier gehe ich ins Fitnessstudio, hier gehe ich ins Fitnessstudio. Doch wenn es dann darum geht, es wirklich zu tun, muss ich die Disziplin aufbringen. Und da wurde mir bewusst, ich selber bin die eine Variable, die meinen allgemeinen Erfolg im Leben vollkommen beeinflusst. Und deswegen habe ich realisiert, okay, wenn ich das beste Leben führen möchte, dann muss ich mich selbst meistern. Ich muss in allen Lebensbereichen so gut wie möglich werden, damit ich alle Lebensbereiche so geil wie möglich erleben kann. Ich meine, du kannst natürlich einen fitten Körper haben wollen, aber du bist die einzige Sache, die darüber entscheidet, ob du ihn bekommst. Deswegen musst du anfangen, dich selber in dieser Hinsicht zu meistern. Und weil ich unglaublich viele Ambitionen habe und weil ich das ganze Leben in seiner vollen Fülle erleben möchte, möchte ich mich wirklich meistern. Nicht nur in einem Aspekt, sondern in allen. Denn auch in Sachen mit deinem Verhältnis zu anderen Menschen. Es kommt nicht darauf an, dass du gerne ein besseres Verhältnis zu deinen Eltern hast. Es kommt darauf an, was für Social Skills hast du. Wie viel Empathie zeigst du. Wie viele Komplimente machst du ihnen. Ernst gemeint. Ernst gemeint. Nicht einfach so. Wie sehr unterstützt du sie. Darauf kommt es an. Und das sind alles Fähigkeiten, die man entwickeln kann. Doch wir müssen uns aktiv dafür entscheiden. Okay, ich möchte das machen. Und jetzt komme ich vom Triathlon und habe das über 10 Jahre lang gemacht. Und du merkst da einfach, beziehungsweise du lernst, dass diese stetige Selbstverbesserung so unheimlich viel Spaß machen kann. Und jetzt ist es beim Triathlon ja so, dass du immer und immer und immer wieder die gleiche Sache machst. Aber im Leben ist es so unterschiedlich. Denn das Leben hat so viele Facetten. Es reicht nicht nur, wenn du es schaffst, diszipliniert zu sein und viel zu arbeiten. Ich meine, nur allein in Bezug darauf, dass du in der Sache, die du machen möchtest, mit irgendeinem Geschäft oder in irgendeinem anderen Beruf, um da richtig erfolgreich zu werden, da reicht es nicht nur, hart zu arbeiten. Du brauchst auch da Social Skills. Du musst trotzdem auch dich wegen was finden, wie du selber daran Spaß hast und wie es so richtig echt für dich selber ist. Du musst in dich kehren. Ja, da kommen spirituelle Aspekte rein. Und das ist die Sache, die mich am Leben so unheimlich fasziniert, dass es so komplex ist, dass die Selbstmeisterung so unglaublich schwierig, aber gleichzeitig so erfüllend ist und dass wir aber eben genau deswegen die Fähigkeit haben, uns dazu entscheiden, was wir in unserem Leben machen wollen. Und dass, wenn wir irgendwelche Sachen nur stark genug möchten, und ich möchte das beste Leben so sehr, dass wir dann alles haben können. Und dass es zwar manchmal hart sein wird, aber dass wir es immer erreichen können und dass wir vor allem nicht nur, es geht nicht nur darum, die Sachen zu erreichen, sondern dass wir auf dem Weg eine Person werden, von der wir uns niemals hätten zu träumen lassen, dass wir sie jemals sein könnten. Und das ist das, warum ich so viel Leidenschaft für dieses Thema habe. Ich liebe es einfach und das Schönste ist, wenn mehr Leute sich dieser Sache widmen, wenn mehr Leute auf sich selber schauen, zu schauen, wie kann ich ein besserer Mensch werden. Nicht nur im Sinne von, wie kann ich ethisch und moralisch besser handeln, sondern wirklich, wie kann ich in allen Aspekten besser werden. Wie kann ich noch authentischer sein? Wie kann ich noch mehr in mir selber ruhen? Wie sehr, wie nett kann ich zu anderen Leuten sein? Alle Aspekte, alle, alle und noch so viele andere, die mir gerade nicht einfallen. Wenn wir damit anfangen und das mehr und mehr Leute machen, dann wird unsere Welt wirklich zu einem Paradies. Denn die Menschheit ist auch nur die Summe ihrer Einzelteile. Und wir sind die Einzelteile. Das bedeutet, wenn wir anfangen, uns selber zu meistern und dadurch keine Angst mehr haben und wie authentisch wir selber sind und wir anfangen, die Dinge zu machen, die wir wirklich möchten, wenn wir nett zu anderen Leuten sind, weil wir selber glücklich sind, dann wird unsere Welt wirklich zu einem Paradies. Nicht, weil wir mal sagen, wir wollen unsere Welt als Paradies, sondern weil wir anfangen, so göttlicher fast schon zu sein, weil wir einfach nur vollkommen wir sind und aus echten Motiven handeln und so unsere Welt gestalten, wie wir möchten. Und auch in Bezug auf die Natur gut mit dir umgehen, weil wir dankbar sind. Und wenn ich das hier nur spüre, dieses Gefühl, wenn man einfach echt ist, das ist für mich unfassbar. Deswegen habe ich so viel Leidenschaft für dieses Thema. Ich möchte einfach nur mich selbst und das Leben meistern und ich möchte euch auf dieser Reise mitnehmen, euch auch dazu inspirieren, euch selbst zu verbessern. Und da habe ich so unheimlich viel Spaß, Freude, Leidenschaft, das drückt alles gar nicht aus. Das ist meine Essenz. Das ist wirklich meine Essenz. Das bin ich. Ich bin 100% Selbstmeisterung. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten auf diesem Weg, aber das Gefühl, das ich davon bekomme, ist einzigartig. Und meine Erfüllung steigt natürlich noch mehr, indem ich euch dabei helfe, auch mehr in diese Richtung zu gehen. Danke fürs Zuschauen. Wenn du irgendjemanden kennst, der das auch hören sollte, der mich kennenlernen sollte, teile das Video bitte mit ihm. Danke. Und jetzt mach aus dir selbst und deinem Leben ein Meisterstück. Danke. 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 Danke.